Im Drogenrausch als befreiend und beglückend empfunden wird, wirkt außerhalb des Rauschzustandes betrachtet oft erschreckend. Je nach Art der Droge machen diese psychisch und körperlich abhängig und aus der ursprünglich empfundenen Freiheit wird schnell ein schreckliches Gefängnis. Nicht jede Droge wirkt dabei gleich. Eines haben sie jedoch gemeinsam. Sie sind giftig, also ungesund, benebeln unsere Sinne und manipulieren unsere Wahrnehmung. Was den Konsumenten zum Drogensüchtigen macht, ist die Abhängigkeit, ein Teufelskreis. Alles im Griff zu haben, ist ein Gefühl, wenn unsere Psyche oder unser Körper von Stoffen abhängig ist. Zu diesem Zeitpunkt hat sich aber definitiv niemand im Griff. Abhängigkeiten sind plötzlich da und machen sich durch Entzugserscheinungen oder psychische Probleme bemerkbar.